Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake, American Nightmare. Okay, das Haus ist ein Stückchen gesunken, es sinkt immer noch, es verschwindet. Warum ist das das Feuer schon immer passiert? Irgendwie ist das gerade neu. Und weg ist es. Okay, wir sind in der nächsten Zeitschleife. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt beim nächsten Durchlauf a, schneller durchlaufen und b, ob wir es dann endlich final durchlaufen können. Scheinbar sind ja alle Änderungen, die wir irgendwo einbringen. Na toll. Bäh. Uiuiui. Jetzt kommen sie aber mit dicken Dingen an, ja, oder? Mann, 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 Mann. Jetzt kommen die Abkürzungen zwar wahrscheinlich, aber wir haben mit großen... Ah, es ist schon da. Es ist schon da. Hat war angebracht, das Öl floss. Komm, wir müssen... Na, na. So. Na komm. Na. Eins. So, Batterie. Und Ghetto Blaster lief die CD. Okay. Da, 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 da. Die Sachen können wir nicht einsam. Okay. Ich wollte bloß prüfen, weil es blinkerte halt. So, und dann... Gibt's den Absturz. Bam, 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 bam. Content-ID. Diesmal keine Content-ID? Na klar, bestimmt. Ja, doch, doch, doch. Ba, 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 ba. Und wir sind mal wieder am Flüchten. Boah, wir gehen mal gleich hier lang. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. So, die Zerstörung... Ah, Emma, Emma, genau. Die liebe Emma. Die war immer für uns da. Emma war sie für uns da, die Emma. Och, die... Okay. Okay. Ah, jetzt kommen ab und zu mal richtig Dicke hier dazwischen. Und jetzt gehen wir gleich hier. Oh, oh. Wo ist er? Hammer. Und jetzt ist... Stürmt sie diesmal wieder, oder was? Okay. Puh. Puh. Hehehe. Na klar. Ich habe die Gehe von dem Mann in der Runde. Und ich werde sie nicht überlegen, bis Sie etwas tun tun. Ich bin sehr glücklich. Okay. Aber vielleicht ist das nicht der beste Zeit, nach allem. Oh, verdammt, ja. Better nicht auf mich mit Metaphysicalen. Sehr ehrlich, ich bin wie zwei Sätze entfernt von Gedanken, wie wir alle sind wie Atoms auf der Gäste oder so. Oder Figuren von jemandem. Wow. Ich versuche nur, um zu entschuldigen, und nicht darüber zu denken, oder zu beurteilen, oder so. Wenn du das cool bist. Okay, wir kümmern uns jetzt mal um den kleinen Kasten hier draußen. Oh, noch ein paar Sachen mitnehmen. War klar. Wechseln, wechseln! Okay. Huiuiuiuiuiui. Irgendwie ist gerade die Ansicht ein bisschen komisch hier. Okay. Okay. Aber ich will vorher erst mal noch im Fernsehen gucken, ja? So, I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around. That's for sure. Al. Al! Little Parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kinda like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. Hm. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff? From that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. 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 Du kannst aber nicht schreiben, mein Freund. Wie willst du denn meinen Platz einnehmen, wenn du nicht mal schreiben kannst? Woher sollen das Geld kommen? Bücher verkaufen sich nicht von alleine. Okay. Ich glaube wirklich nicht, dass sie jetzt zur Kraft kommen können. Danke. Das ist ein Relief. Hier sind die Schlüsse, die du brauchst. Danke. Hey. Ich muss dir sagen. Im Diner? Ich ging da mit ihm. Der Typ, der wie du. Okay? Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich nicht. Ja. Ich habe gedacht. Das ist so weird. Wollen Sie sprechen über was passiert? Da war dieser Mann aus dem Observatoren. Und er hat einfach den poor Mann, smashed seinen Gesicht in den Tabletop ein paar Mal. Es war schrecklich. Ich wusste nicht, dass er das würde. Ich versuchte. Und ich rief. Ich habe ihn da. Ich habe ihn nicht mehr versucht. Es war nichts, was du getan hast. Es ist nicht deine Schuld. Er ist tot in der Motel Room. so entschuldige mich, wenn ich mich ziemlich schrecklich fühle. Es ist kein Problem. Du solltest dich nicht schrecklich sein. Ich habe einfach nicht in Kontakt. Ich habe diese Tendenzität, einfach zu verschenken und runter. Ich glaube, dass ich eine schlechte Person, aber ich... Ich habe nicht even den Anruf gezwungen. Ich bin so ein blöder. Wenn du den Anruf gezwungen hast dann haben wir die Anruf gezwungen. Er ist nicht Mensch. Du fachst? Das ist nicht dein Problem. Aber ich hätte versucht, ihn zu retten. Ich glaube. Wenn du es, bist du tot. Du bist ein bisschen besser. Ja, ich glaube, es wurde einfach einfacher, als ich dieses Ding aus meinem Kopf habe. Ich fühle mich einfach so schuldig. Especially, weil ich nicht auf die Warnungszeichen Ich habe wirklich gefühlt mit ihm gefühlt, du wißt du? Er war smart, charme, und lustig, und heiß. Ich glaube. Ich glaube. Was ist das Problem mit diesem Mann? Er sieht wie du, er benutzt dein Name. Warum macht er diese Dinge? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist er einfach schuldig, oder meine dunkle Hälfte. Er macht eine Menge davon, die ich wirklich schwer zu entfernen, Dinge, die meine Leben verletzten. Ich glaube, dass diese Mörder nicht helfen. Ja, ich könnte es ohne Mörder, und das Ende des Welt. Hehehehe. Hehehehe. Ja, geh. Ich denke, ich bin jetzt gut. Ich hoffe. Gute Glück. Wenn es alles gut geht, vielleicht ist das letzte Mal, wie wir uns so treffen. Was, sieht die uns nicht gerne? Also, ich sehe sie gerade gerne. Äh, ist egal. Also, nee. Wir holen uns hier hoch. Ach, wir müssen schon wieder... Ach ja, wir brauchen den Schlüssel, ne? Ah. Ah. Ah, Mist, wie hört's dich? Ach, schade. Ich nehme mal kurz das Ding hier mit. Ist gerade ein bisschen wichtiger als das Radio, hier. Ich habe gesehen, die Schmerzen, die Flasche in neue Formen gesehen haben. Aber diese Gäste ist eine extrem wütendende Erfahrung. Es ist, als ob das Genre auf mich geändert wurde. Es ist etwas aus Pulp Fiction, zweit so groß wie normaler Mann und stärker als Forkliffe. Sein Lumbering-Gate und langweiliger Demeter bringt zu mir eine Art mean-spirited-Karikatur einer febel-mindeden Hillbilly. Hm. Oh, das war mal ein Pool hier. Hallo, Eddie. Es ist toll, hier zu sein. Ich glaube, wir konzentrieren uns mal auf das, was wir machen wollen. Oh, habe ich das hier nicht mitgenommen? So, jetzt aber. Das heißt, wir gehen hier durch die Hotelzimmer durch. Denn alles sammeln können wir sowieso nicht. Da ist er. Alles sammeln können wir eh nicht, weil, äh, kommen wir gar nicht dazu. So. Auf geht's, zu Sternwarte. Es geht immer schneller. Und weniger Nebel ist da gewesen, habt ihr das gesehen. als wir das letzte Mal hier waren mit dem Abspann, da war das alles foggy, also richtig, ne. Aber dieses Mal war es weniger. Nun gut, wir gehen wieder zur Sternwarte am Mount Rattus. Rotzahn, nicht Bluttus. Lass mich raten, wir werden wieder direkt zum Auto gehen gleich, ne. Die Kamera holen. Wow. Wow. Okay. Gut, das macht es ja bis jetzt immer so, ne. Hier ein paar Sachen kaputt. Oh, wow. Da ist einer. Da auch noch. Huh. Wo kommt der denn auf immer her? Wo kommt der? Huh. Da ist da noch einer. Boah. Achso, wir müssen hier rein. Die primäre Röhre sichern. Ja, ich sichere die Röhre. Hier machen wir den Hebel nach unten, ne. Hm. Okay. Es wird wieder zugemacht hier. Ob er überhaupt von den Zeitschleifen Wind bekommt? Weil wir ändern ja einiges, ne. Hm. Okay, da ist wieder kaputt alles. Ruhe. Ich guck mal bloß kurz hier hinten. Hier ist irgendwo... Hier irgendwo müssen... Ach, zum Nachladen auf alle Fälle. Das ist sehr gut. Und guck mal hier. Dr. Meadows. Und wir werden es wahrscheinlich diesmal entschlüsseln endlich. Das finde ich am besten von allem. So, wir müssen jetzt wieder hoch. Munition haben wir. Schauen wir mal weiter. Oh, 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 oh. Oh, oh. Komm, komm, komm. Oh, das war die letzte. Den noch weg. Oh, ey. Ein ganzes Magazin. Hm. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da ist auf alle Fälle eine Nachricht. Also sprich wieder... Manuskript. Guck mal rein. Uh, zwei gleich. Oh, wir müssen hier die anderen noch. Warte. Die da. Kommael. Ja. Ja. Onwege... ... Sie können nicht kontrollieren und gehen mit dem Fluss. Oder gehen Sie ins